In einer Welt endlosen Blutvergießnis, wo monströse Feinde außerhalb von provisorischen Notsiedlungen lauern, wo Menschen in Verzweiflung aufwachsen und Kinder in der Dunkelheit zittern, hat die Menschheit nur eine einzige schimmernde Hoffnung. Diesen einen Tag, an dem ihre Feinde, die Fomors, ausgerottet werden. Die Legende spricht über ein Paradies, ein Land bekannt als Ehren. Ein Land ohne Krankheiten und Leid. Eine Legende verspricht, dass an dem Tag, an dem die Fomors zerstört wurden, die schwarzgeflügelte Göttin hinabsteigen und die Menschen ins Paradies führen wird. Also warten sie. Unzählige Generationen beteten, hofften und glaubten. Und kämpften. Lösch die Fomors aus, lass sie leiden und bluten. Wenn der letzte Tropfen vomorischen Blutes verschüttet ist, wird die Göttin ihre Flügel spreizen und erscheinen. Doch trotz aller Bemühungen und den zahllosen Toten, die Göttin erscheint nicht. Zweifel fängt an, seine verfänglichen Finger in die Herzen der Leute zu strecken. Und jetzt liegt es an euch, einem jungen Söldner, sie zu schützen. Kämpfe und vielleicht durch deine Bemühungen werden sie eines Tages bestätigt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020